Wieso bin ich in der Nacht aufgeregt? Ja, wieso? Zeug nicht. Ne? Geh durch, dann gehen wir erst mal zum Gate würde ich sagen, oder? Und Herr Hane möchte dann noch einen Kaffee trinken, das heißt wir sitzen und gehen irgendwo und dann könnt ihr raus und ich sage... Boah, richtig krasse Kamerafall. Ja. Boah, das ist so klein. Jawoll. ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.